Mein heutiger Gast ist rund 750 Kilometer von seinem Zuhause gefahren, bis er hier im Studio der Alpenwelle angekommen ist. Es ist der Bandleader, Macher und Kreativkopf der Paldauer, Franz Griesbacher. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich riesig, dass du da bist und Zeit hast. Liebe Doris, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich war überwältigt, es ist für mich eine Ehre, dass du uns nicht vergessen hast. Und da war mir kein Weg zu weit. Ich freue mich wirklich, dass ich da sein darf. Danke. Du bist ja in Paldau geboren und bist eigentlich sein ganzes Leben immer dort gewesen. Du bist ja sogar Ehrenbürger von Paldau. Was ist denn besonders reizvoll an diesem Ort, dass man sein Leben dort verbringt und vor allem so riesenlänge Anfahrtswege auch zu den Auftritten auf sich nimmt? Da bräuchte ich jetzt lange, das alles zu erklären. Also ich bin in Paldau geboren, in sehr einfachen Verhältnissen und ich wurde auch sehr bodenständig erzogen. Ich liebe die Bräuche, die auf dem Land noch üblich sind. Ich genieße auch die Jahreszeiten, die es bei uns gibt, den Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ich brauche auch die Schulfreunde, die Nachbarn, die Eltern, die Geschwister. Ich liebe das einfach. Ich bin, glaube ich darf ich behaupten, sehr familienlastig. Also oft sogar eine Belastung für die Familie, weil ich fast ein bisschen klammere. Ich liebe es einfach und der Ort selbst ist ein idyllischer Ort in der Südoststermark, südlich von Graz, im Thermenland von Österreich, in der Südoststermark. Und wie gesagt, alles im grünen Bereich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe nur 40 Minuten zum Flughafen nach Graz, sehr bequem. Ich bin in fünf Minuten in der Bezirkshauptstadt Feldbach und ich lebe trotzdem im Grünen und kann das in vollen Zügen genießen. Aber meistens bist du schon mit dem Auto eigentlich unterwegs? Fast immer. Mit dem Fliegen, das ist so eine Sache. Man kann fast kein Gepäck mitnehmen und vom Flughafen muss man auch wieder zum Auftrittsort kommen. Deshalb sind wir es uns gewohnt, einfach mit dem Auto zu reisen. Da sind wir unabhängig und es geht eigentlich auch gar nicht anders. Du hast ja 1968 mit deinem zwei Jahre älteren Bruder Erwin, hast du dann noch als Schülerband eigentlich Palldauer gegründet. Das sind ja unglaubliche 55 Jahre. Was hast du irgendwie besser gemacht als andere? Oder was willst du als Geheimnis Rezept verraten, das dir so lange Erfolg hat und kein Bestand? Wenn du mich so spontan fragst, würde ich sagen, man darf sich selbst nicht untreu werden. Also man muss sich selbst treu bleiben. Man darf den Respekt gegenüber den Kollegen nicht verlieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist überhaupt, man darf sich nicht wichtig nehmen. Ab dem Moment, wo jemand glaubt, er ist gut, geht's bergab. So habe ich das festgestellt. Und ich sehe keinen Grund, mich auf irgendetwas einzubilden. Wir haben viel Glück gehabt und viele Menschen haben mitgeholfen, dass wir diese Laufbahn in der Art und Weise genießen konnten. Also ich habe keinen Grund, irgendwie die Nase hochzutragen. Ich habe aber viel Grund, dankbar zu sein, dass ich da in dieser Branche so lange dabei sein durfte. Und ich will ja noch länger dabei sein. Ja, eben genau. Also das ist ja noch kein Grund dafür, dass man irgendwie schon an die Ende oder so denkt. Aber gleich eben, hast du irgendetwas anderes gemacht oder besser gemacht? Weil es gibt ja kaum eine Gruppe, die so lange existiert wie Palldauer. Ja, ich glaube, ich habe es immer vermieden, andere zu beurteilen. Ich habe mich schon in frühen Jahren angewöhnt, egal wo ich einen Künstler oder Künstlerin gesehen habe, wenn da ein Fehler passiert ist, dann habe ich sofort weggelöscht. Da habe ich gedacht, Fehler mache ich selber, aber was macht die Person gut? Und ich habe bei jeder Künstlerin und bei jedem Kollegen etwas entdeckt, das er viel besser kann als ich selbst. Und daran habe ich mich orientiert und habe versucht, da irgendwie Treppe für Treppe raufzusteigen. Und ich glaube, die Handschlagqualität hat auch nicht geschadet. Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Wenn mich jemand anlügt, das ist für mich eine unglaubliche Beleidigung. Darum lüge ich auch keinen Menschen an. Ich glaube, man kann immer offen die Dinge sagen, da muss man nichts merken. Wenn ich etwas nach Jahren wieder beantworten muss, sage ich dasselbe, weil ich davon überzeugt bin und weil es so war. Und ich liebe einfach die Wahrheit. Und du bist ja einer, wenn du sagst, ja, dann ist es ein Ja ohne Wenn und Aber. Das wage ich zu behaupten. Ja, weil das sagen viele und das war halt wichtig in der Branche. Es gibt so viele, die kommen und machen sich wichtig. Und das war nie meine Art. Wie ich vorhin gesagt habe, ich sehe keinen Grund, dass man sich auf irgendetwas einbildet, weil dass man das erleben darf, was wir erleben dürfen auf der Bühne, das machen ja die Freunde und Fans. Und ich habe das Wort Fan gar nicht gerne, weil ich mich nicht als grossen Star sehe. Dafür ist es mir lieber, wenn ich sage, unsere Freunde oder unsere Paldauer-Familie, da fühle ich mich wohl dabei. Aber es ist natürlich ein Wort, das ist branchenüblich, dass man sagt, unsere Fans. Deshalb akzeptiere ich das. Und du bist ja der Kopf und Chef natürlich von der Paldauer. Ist es manchmal für dich schwierig, in dem Sinne auch wirklich Chefs zu sein, Entscheidungen müssen fallen und vielleicht manchmal auch unangenehme Sachen zu bestimmen? Es ist so. Wir haben eine Abmachung. Einer muss die Entscheidung treffen. Ich habe es immer mit bestem Wissen und Gewissen getan. Und es ist unglaublich, das Vertrauen, was meine Kollegen mir entgegengebracht haben, das verpflichtet viel mehr als jeder lange Vertrag. Bei uns gibt es keinen Vertrag. Das ist abgemacht. Die vertrauen mir und ich gebe einfach das Beste. Und ich weiß meine Kollegen auch zu schätzen, weil ohne meine Kollegen würde ich nicht da sitzen können, wäre ich gar nichts. Ich bringe meinen Teil ein und versuche mein Bestes zu geben und meine Kollegen tun dasselbe. Und gemeinsam ziehen wir an einem Strang. Und wir haben ein einziges Ziel, da sind wir uns einig, das ist, wir wollen einfach Menschen glücklich machen und gut unterhalten. Mehr ist es nicht. Und jeder, der glaubt, es ist mehr, der macht meines Erachtens einen grossen Fehler. Und so schliesst sich für mich der Kreis. Nimm dich nicht wichtig, dann geht es noch ein paar Jahre. Gibt es irgendetwas, das du heute eigentlich als schwieriger erachtest, als es früher war? Ja, es ist allgemein, die Situation ist nicht einfacher geworden. Aber wir haben den großen Vorteil, dass uns wir nie zu sehr verlassen haben darauf, auf Tournee-Veranstalter, die uns irgendwie mitschleppen. Wir haben immer geschaut, dass wir aus eigener Kraft gut überleben können. Und unsere Philosophie war immer, Schritt für Schritt das aufzubauen. Wir haben gesagt, wir waren zuerst in allen Clubs in der Schweiz. Dann haben wir uns vorgetastet in Festzelte. Dann haben wir es sogar geschafft in die renommierten Häuser wie Hazyland und wie die alle geheißen haben. Da durften wir zu Gast sein, haben die Häuser auch gefüllt. Und dann kamen wir in die Gala-Veranstaltungen rein. Also immer Schritt für Schritt das Ganze kennengelernt und dann lernst du das auch schätzen. Weil ich muss ehrlich sagen, wie wir in die Schweiz gekommen sind. Wir haben in Fünf-Bett-Zimmern geschlafen. Wir haben verbrennte Bratwürste genossen und geschätzt. Wir haben ausgetrocknete Hamburger verdrückt und wir waren glücklich, weil wir wollten diesen Job machen. Und deshalb wissen wir es jetzt auch zu schätzen, wenn uns heute dicke Gerichte aufgetischt werden oder wir können in tollen Hotels übernachten. Obwohl, ich versuche ganz bewusst das Einfache zu pflegen. Ich liebe es und ich geniesse es. Und ich glaube, irgendwann geht das ja auch vorbei. Und dann muss man vielleicht wieder ein bisschen bescheidener auskommen. Und dann bin ich gesattelt für die Situation. Das ist so meine Lebensphilosophie. Bleib am Boden, alles andere macht keinen Sinn. Gibt es eigentlich noch Fans von der ersten Stunde? Sehr viele. Und das macht mich stolz. Also wirklich, es gibt speziell auch Frauen, die uns seit dem ersten Auftritt in der Hasienta in Auenstein, das war am 1. Februar 1976, die uns von der Zeit bis heute treu geblieben sind. Und das zeigt auch, wir haben oder ich habe immer vermieden, Frauen, die uns verehrt haben, das Herz rauszureißen. Verstehst du, was ich meine? Das war in der Szene war man ja der große King. Man kam aus dem Niemandsland und plötzlich war man im Paradies und man wurde da bejubelt. Und dann hat es oft gegeben, dass Frauen auch ausgenützt oder verletzt wurden. Und das wollte ich nie. Das ist nicht meine Art. Ich bin kein Engel. Das wäre wirklich falsch am Platz. Aber ich habe gesagt, behandle die Menschen so, wie du selbst gerne behandelt werden würdest. Und das hat funktioniert. Deshalb sind uns viele Frauen und natürlich auch Männer bis zum heutigen Tag treu geblieben. Und das ist für mich ein unglaubliches Glücksgefühl. Und eine riesen Auszeichnung natürlich. Was ist das, was du eigentlich in der Schweiz oder auch der Schweizer, Schweizerinnen am meisten schätzt? Da gibt es vieles. Ich habe zu meiner Frau, die mich heute ja ausnahmsweise mal begleitet hat, gesagt, wenn ich über die Grenze fahre, dann kippt irgendwie da bei mir ein Schalter im Kopf um. Dann möchte ich das Käsküchle genießen oder eine richtige Bratwurst, eine Knusprige oder was auch immer. Und auch diese Aperopas von damals, das habe ich nicht gekannt. Das läuft alles wieder im Kopf ab und das liebe ich einfach. Aber auf die Frage zu kommen, die Mentalität ist mir unglaublich entgegengekommen. Ich bin ein sehr gründlicher Mensch und das strukturierte Denken in der Schweiz, das hat mich auch geschult. Die perfekte Organisation, die Verlässlichkeit. Wenn ein Schweizer Veranstalter gesagt hat, wir machen das so, dann wurde das so gemacht. Und wenn man hingekommen ist, ist man vom Staunen nicht rausgekommen, wie perfekt das alles durchorganisiert war. Wenn die Veranstaltung noch so groß war, der OK-Präsident ging mit uns zum Essen, als hätte er nichts anderes zu tun. Da hat man gemerkt, die haben den Laden im Griff. Und ich habe unglaublich viel in der Schweiz gelernt. Und ohne zu schmeicheln, die Paldauer gäbe es ohne die Schweiz nicht, das ist ganz klar. Und es ist absolut das Lieblingsland, ohne zu schleimern und zu schmeicheln, auf der Welt für mich. Außer die Heimat Österreich, das ist einem ans Herz gewachsen. Aber ich war auf der halben Welt, habe mich oft wohl gefühlt, aber in der Schweiz fühle ich mich unglaublich zu Hause und bemuttert und einfach glücklich. Das freut mich natürlich auch, solche Sachen zu hören. Es ist so. Du verstehst eben auch die Schweizerdeutsche, die Mundart perfekt. Darum wagen wir auch, im Dialekt zu reden und nicht auf Hochdeutsch zu wechseln. In diesen vielen, vielen verschiedenen Hauen und Sälen und so, die dir auftreten, gibt es für dich irgendein Ritual, wenn du einen neuen Konzertort betrittst? Ja, das habe ich normalerweise für mich immer geheim gehalten. Aber ich sage es dir, weil du so ehrliche Fragen stellst und offen. Ich gehe in ein Lokal rein, also in eine Halle oder was auch immer, und ich mache mich einmal mit diesem Raum vertraut. Da werden vielleicht viele schmunzeln. Ich will eins sein mit dem Raum. Ich mache mir da Gedanken und hoffe, dass das alles gut geht. Und ich sage es, wie es ist, ich schicke gute Gedanken. Vielleicht sagt der eine, ich segne das Publikum, was kommt. Ich hoffe, dass alles gut geht, dass sie Freude daran haben, damit nichts passiert. Und dann fühle ich mich wohl. Und ich will auch die letzten Minuten vor dem Auftritt meine Ruhe haben. Das wissen meine Kollegen. Ich mag da nicht über Fußball oder weiß der Kuckuck was diskutieren. Ich versuche in eine Schwingung mit dem Ganzen zu kommen, weil da erwartet sich ja jemand was von uns. Die Leute geben, opfern Zeit, sie geben Geld aus und das verdient riesen Respekt. Und ich muss doch vorbereitet sein. Und ich versuche auch die Situationen, die vielleicht eintreten können, die spontan sind, dass ich die in den Griff habe. Die Leute sollen einfach spüren, dass ich mich gut vorbereitet habe, dass die Pall-Orders nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und dass wir den Job ehrlich machen und nicht nur des Geldes wegen. Jeder verdient gerne Geld. Aber wenn die Menschen glücklich sind, dann passt die Gage sowieso. Das ist so meine Einstellung. Aber wichtig ist mir, dass ich gut vorbereitet komme und dass die Leute spüren, dass ich es ehrlich und gerne mache. Glücklich machen dir ja die Leute auch immer mit euren legendären Muttertagskonzerten, Weihnachtskonzerten. Das ist ja etwas, da kann man als Zuschauer oder als Besucher, Konzertbesucher fast so ein bisschen wie in eine Märchenwelt eintauchen. Es ist sehr, sehr üppig, es ist wunderschön. Bist du selber einer, der gerade bei diesen Sachen auch gerne ein bisschen mehr hätte, also ein positives Verstehen, ein bisschen kitschig und so sein? Ja, ich mache es so, wie ich es als Kind erlebt habe, wie ich es mir immer erträumt habe. Weil man muss ja ein Träumer sein, irgendwie. Und es geht ja darum, ich komme immer wieder zurück, Menschen eine Freude zu geben. Und daraus sind ja die Ideen entstanden. Ein Weihnachtskonzert, ich bin mit dieser Idee sicher fünf, sechs Jahre schwanger rumgelaufen. Und alle haben mich angesprochen und gesagt, das interessiert niemand, das ist ein Blödsinn, so ein Seich. Und die Überzeugung wurde immer stärker, bis ich gesagt habe, 1998 und jetzt wird das durchgezogen. Und wie die das gesehen haben, was ich eigentlich will, dann waren sie langsam alle Feuer und Flamme. Und dann habe ich auch gesagt, ein Muttertagskonzert schreit förmlich danach gemacht zu werden, weil die Mütter opfern sich auf. Ich kann dir das von meiner Mutter. Ich beobachte das immer wieder. Und ich habe das Gefühl, die verdienen einfach mehr Respekt und die sollen sehen, da macht sich jemand Gedanken und macht einen schönen roten Faden über das Programm. Wir haben nicht einfach ein Lied oder einen Erfolgstitel, um den anderen runterzudrehen, sondern vielleicht etwas Sinnvolles einzubauen, was die Menschen anregt, ein bisschen nachzudenken, wo vielleicht ein schönes Kompliment vorkommt. Und das hat mir einfach immer Spass gemacht, diese Herausforderung, jedes Jahr wieder ein neues Konzert auf die Bühne zu bringen. Wie die Nachhinein beim Video, das wir auch noch sehen werden, wird auffallen, die eigentlich schon seit Jahren in weissen Bühnenoutfits auftreten. Was hat das eigentlich für eine Bewandtnis, diese weisse Farbe? Ja, die Unschuld natürlich. Spass beiseite. Das kann ich dir genau sagen. Das hat sich ergeben. Als wir in die Branche gekommen sind, war es nicht üblich, dass große Beleuchtungen da waren in den Clubs, Downsings und so. Und wir wussten, wenn man da irgendwie ein bisschen Licht und Atmosphäre schafft, dann funktioniert das gut. Und dann mit dem Egon Egemann haben wir angefangen, damals eine Mitternachtshow zu kreieren. Und wir mussten ja einen großen Effekt auf die Bühne bringen und wir hatten wenig Scheinwerfer zur Verfügung. Und da haben wir sofort bemerkt, weiß reflektiert am besten. Und es gibt auch was her. Das war erst der wichtigste Grund. Und dann sind wir auch draufgekommen, sechs Leute irgendwie anzuziehen, dass es nicht uniformiert ausschaut oder dass es nicht unbedingt eine Tracht ist und dass es doch eine Einheit bildet. Das ist sehr schwierig von den Farben. Und so hat sich das ergeben aus der Mitternachtshow, die damals ja sehr erfolgreich war, haben wir das übernommen und haben gesagt, komm, das ziehen wir jetzt einfach durch. Und heute sage ich, zieh dich weiß an. Was du ansiehst, ist mir eigentlich egal, wie du dich wohlfühlst. Und das ist so mittlerweile zum Markenzeichen der Palda geworden. Also es ist meines Erachtens eine freundliche Farbe, weil nur immer in Schwarz auf der Bühne. Es ist halt auch sehr düster. Natürlich macht es ein bisschen schlanker, würde uns oft auch nicht schaden. Aber das ist so eine gewachsene Sache. Aber der Grundgedanke war, mit wenig Licht einen grossen Effekt auf der Bühne zu erreichen. Du bist jemand, der sehr gläubig ist. Du hast 2016 ja sogar einmal eine Audienz gehabt beim Papst Franziskus in Rom. Welchen Platz nimmt der Glauben in deinem Leben ein? Sehr hohen Stellenwert. Also ich darf das jetzt nicht verwechseln. Viele denken, das ist ein katholischer Pfarrer, weil das ein Blödsinn ist. Ich glaube an unumstößliche Lebensgesetze. Und ich glaube, dass es in dem ganzen Universum irgendwo eine höchste Stelle gibt, die das Ganze in perfekter Harmonie organisiert. Man sieht das ja überall. Man muss ja nur, wie ich es auf der Bühne sage, die Tierwelt oder die Pflanzenwelt beobachten. Ich sage so, wer die Natur beobachtet, wird vom Geheimnis des Lebens gefangen genommen. So sehe ich das. Ich sehe so viele Dinge, die mich so demütig machen, dass ich sage, ich bin ja so unwichtig auf diesem Planeten. Es muss irgendjemanden geben, der mir die Ideen immer eingibt, der mir überhaupt das Glück geschenkt hat, dass ich hier geboren wurde und und und. Für mich ist das so überdimensional groß. Deshalb habe ich einen festen Glauben, dass es jemanden gibt. Wie man das nennt oder wie das jeder nennt, glaube ich, spielt keine Rolle. Die einen sind halt als Hindu geboren, die einen als Buddhister, eine als Moslem, als Katholiken oder wie die alle heissen. Das spielt doch keine Rolle. Ganz oben kann es nur eine Stelle geben, die für alle gültig ist. Aber die Papstaudienz hatte mit dem gar nichts zu tun. Die ist aus einer spontanen Situation heraus entstanden. Aber natürlich war es für dich auch etwas Spezielles, gerade eben, wie man gläubig ist. Abgesehen vom Gläubigen, das war die grösste Persönlichkeit, die ich in meinem Leben die Hand schütteln durfte. Das ist unbeschreiblich. Ich hatte das Glück, bei Siegfried und Roy privat aufgenommen zu werden. Ich habe in der Show in der Ehrenloge gesessen. Ich habe unglaubliche Hollywoodstars kennengelernt in Las Vegas, in L.A. und überall. Aber der Papst hat mich am meisten beeindruckt. Frag mich nicht genau, warum. Aber es war ja damals so viel zusammengekommen. Genau in diesem Moment, als ich dem Papst die Hand schütteln durfte, ist der beste Freund in meiner Branche, der Andreas Fulterer, verstorben. Und das ist unglaublich. Das war der 26. Oktober. Um 9.15 Uhr am Vormittag war die Audienz erst ein bisschen zu spät gekommen. Und ich war zuerst recht relaxed. Ich dachte, das ist eh vielleicht ein Fake, dass es nicht so klappt, dass ich dann wirklich bei der Audienz bin. Aber als ich dann immer weiter nach vorgebracht wurde von den Securities, dann wurde mir erst bewusst, was da los ist. Und dann war ich in der Prima Wheeler, nennt man das anscheinend, bei den Kardinälen in der ersten Reihe. Ich könnte darüber eine ganze Sendung erzählen und ein Buch schreiben. Aber wie er dann gekommen ist auf meine Frau und mich zu und kommt auf mich zu und gibt mir die Hand. Ich habe das erste Mal in meinem Leben kein einziges Wort herausgebracht. Und was mir vielleicht eben viele nicht glauben können, in dem Moment, wo er vor mir gestanden ist, war der überdimensional groß für mich. Wie die Weihnachtsmänner, die man so auf den Möbelhäusern aufgestellt sieht. Und ich hatte nur offene Augen und offenen Mund. Es war unglaublich. Und dann war der so unglaublich nett und hat ein so langes Gespräch mit uns geführt. Und hat immer die Hand meiner Frau an mich gehalten und hat abwechslung Deutsch und Englisch gesprochen. Und ich habe genauso einfach mit ihm gesprochen wie mit dir, wie sich das gelöst hat. Und er hat mir das Gefühl gegeben, da habe ich dazugelernt, wenn du jemandem gegenüberstehst, sollst du dem wirklich das Gefühl geben, der ist der wichtigste Mensch. Jetzt bist du für mich der wichtigste Mensch, aber für alles andere spielt jetzt keine Rolle. Und auf dem Petersplatz haben 50.000 Leute gewartet und er hat sich mit mir unterhalten und ließ sich von seinem Leibwächter, weiß ich, was das wäre, nicht drängen. Jetzt rede ich mit dem, der hat mir das Gefühl gegeben, ich bin der wichtigste Mensch auf dieser Erde. Und deshalb habe ich dazugelernt, egal wer von den Fans, in welchen Stellenwert mich einer mein Autogramm fragt, ein Foto. Also das werde ich extremst beherzigen, das habe ich vom Papst Franziskus gelernt. Der ist jetzt der wichtigste auf diesem Planeten. Also man lernt immer wieder was dazu. Das war ein Eindruck, den ich einfach für die Ewigkeit mitgenommen habe. Grössten Respekt vor dieser Person. Wie ist es eigentlich, der Glauben? Hat der dir auch in einer sehr schwierigen Situation auch wirklich viel Kraft und Halt und so gegeben? Weil das hat ja auch wieder etwas mit dem Andreas Fulterer zu tun. Deine Frau ist an Brustkrebs erkrankt. Andreas Fulterer hat noch Tipps gegeben für einen Arzt, der nachher wirklich helfen konnte. Hast du da viel Halt im Glauben gefunden? Ja, unglaublich. Das ist ein Schock, das ist der Schock des Lebens, wenn du sowas erfährst. Wie mir das meine Frau gesagt hat, in Anwesenheit der beiden Kinder. Und es war eine Führung. Ich war dann die Tage drauf auf einer Weihnachtstournee in München. In Erding genau hat mich der Andreas Fulterer besucht, wie immer, wenn er in der Nähe war. Wir haben dann geplaudert. Er sagt, du warst heute nicht so, wie ich dich kenne. Und ich wollte eigentlich über das nicht reden. Nachher im Hotel und sage ich, ja, ich muss dir was sagen. Das hatte einen Grund. Und dann sagt er, du, ich kenne einen Arzt. Hältst du da was drauf? Auf traditionell chinesische Medizin sage ich, ich probiere alles aus. Ich habe in diesen Tagen zuvor bis Australien alles versucht aufzutreiben, damit es meiner Frau wieder gut geht. Und meine Frau wollte zu keinem Arzt mehr mitkommen. Und an diesem Tag sagt sie, du, ich war mit den Nerven fertig und habe sie wahrscheinlich auch zu forsch angesprochen. Sagt sie, du, da sind dann ein paar Tränen geflossen, weil sie nervlich auch belastet war. Und auf dem Weg nach Wien zu diesem Arzt sagt sie, das ist der letzte Arzt, zu dem ich jetzt mitfahre. Weil schlussendlich muss ich da alleine durch. Und Händchen halten, sind wir da nach Wien gefahren und sie geht zur Tür rein. Und da habe ich gesehen, ihr ist das Herz aufgegangen. Und beim Rausgehen sagt sie, das ist er. Und sie hat alles befolgt, was der gemacht hat, Ruhe bewahrt. Und Gott sei Dank, heute begleitet sie mich in bester Gesundheit nach so vielen Jahren. Und ich kann nur an alle Menschen appellieren, nehmt euch meine Frau als Vorbild. Auch wenn ihr in eine so verzwickte Situation kommt. Und jedem von uns kann das täglich passieren. Man kann da durch und man schafft es. Aber der Arzt hat damals gesagt, sie müssen den grössten Teil dazu beitragen. Wenn sie nicht wollen und nicht daran glauben, dann kann ich keine Wunder wirken. Und mit der Unterstützung und mit diesen Gedanken hat sie das gemeistert und ich ziehe meinen Hut. Ja. Du bist wirklich ein Familienmensch. Du hast auch zwei erwachsene Kinder. Und zwar die Tochter Elisa, die 34 ist. Der Sohn Marvin, die 30 ist. Eigentlich ein Alter, wo es vielleicht auch mal Nachwuchs geben könnte. Ist das eigentlich etwas, wo du dich freuen würdest, wenn sie dich zum Grossvater oder Opa oder Grossdäuter machen würden? Ja, logisch. Meine Frau kann es auch kaum erwarten, aber wir wollen da nicht reinreden. Ich war ja auch ein bisschen ein Spätsünder. Und die Freude, die so ein Nachwuchs bringt, das sehe ich ja in der Band beim Renato, beim Didi. Der Renato ist ja gar nicht mehr zu erkennen, wie der mit seinen Enkeln rumgeht. Da geht einem das Herz auf. Und der Didi ist stolz, wenn er seinen Marcel mitbringen kann. Und da sieht man, was das bewirkt. Und ich freue mich drauf. Da bin ich jetzt hinterher meinen Kollegen. Aber ich hoffe, die lassen uns nicht zu lange warten. Aber du weisst ja, da wollen wir nichts reinreden. Wir wünschen es uns natürlich von ganzem Herzen. Und einen Platz zum Spielen hätte es ja bei euch auch. Ihr habt ja ein Haus mit einem riesigen Umschwung und Garten und Gemüse und Blumen. Und so, also von dem her, für das wäre auch gesorgt. Das wäre gesorgt, weil meine Frau, die ist ja mit Vorliebe im Garten und schaut, dass ja keine Blume beschädigt wird. Und dass die gepflegt wird. Und dass die Vogeln, weil sie im Winter was zu fressen haben. Also das wäre für Kinder ein Paradies. Muss ich sagen, wir leben ja auf dem Land. Es gibt eine Schwimmgelegenheit vor dem Haus. Man hat alles. Die Kühe kommen bis ans Haus heran vom Nachbarn. Die Rehe, es ist einfach traumhaft schön. Für Kinder, wie erwähnt, ein wahres Paradies. Gibt es eigentlich, du Reise, es ist ja so viel beruflich umeinander. Und die machen die auch für die Familien, also für die Fanfamilien, machen die Reisen. Wie jetzt so, das Jahr geht es ja an Costa de la Luz. Gibt es eigentlich für dich noch so ein Traumziel, das du gerne mal mit ihrer Frau noch hergibst? Ja, spontan. Ich würde gerne mal nach Alaska, weil ich ein tierliebender Mensch bin. Und in Sri Lanka haben wir das Glück gehabt und haben Wale gesehen. Und da blieb mir der Mund offen. Und wenn ich dann Bilder oder Filme sehe, wie das in der Aktis, was da alles noch zu bestaunen gäbe, das wäre mal ganz was anderes. Strände habe ich viele gesehen, Berge kenne ich. Aber diese Landschaft würde mich schon noch einmal reizen. Und wir beide, vielleicht finden wir einmal, das wäre einer von vielen Orten. Ich bin drauf gekommen, egal wo man hinkommt. Es ist überall unbeschreiblich schön. Man muss es nur sehen wollen. Wenn ich davon ausgehe, dass es, weiss ich, in Afrika gleich ausschaut wie in der Steiermark. Was soll das? Ich fahre nach Afrika, um etwas anderes zu sehen oder wo auch immer. Jedes Land hat seinen Reiz. Zum Stichwort Traum. Du hast dir ja auch einen ganz grossen Traum erfüllt. Und zwar zum 65. Geburtstag. Und zwar bist du ja dafür in die Luft. Kannst du dazu noch etwas sagen? Ja, da hast du jetzt was angeritzt, da werden wir nicht mehr fertig. Ich bin besessen. Also ist die Sande zitisch beschrankt. Da ist ja jeder Jäger und jeder Golfer noch ein, gar nichts, wenn bei mir die Euphorie ausbricht, wenn es ums Hubschrauber fliegen geht. Ja, es war immer, ich hatte immer zwei Träume im Leben. Ich wollte Hubschrauber fliegen, verstehen können, warum das überhaupt funktioniert. Und eigentlich animiert von Verstehen Sie Spaß? Da wurden wir auf den Rhonegletscher und das war so atemberaubend. Das hat uns damals der Klaus Scherer, unser Manager, von damals hat uns das Glück beschert und von damals hat mich das nie mehr losgelassen, aber es war nicht möglich. Und zum anderen wollte ich immer die englische Sprache recht gut beherrschen. Und da konnte ich zwei Dinge vereinen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht gewusst, was da auf einem zukommt. Dass ich so gefordert bin und ich bin körperlich und geistig an meine Grenzen gestoßen. Aber ich habe mit 64 den Flugschein begonnen und mein Ziel war es, zum 65. Geburtstag wollte ich vor meinen Geburtstagsgästen landen. Drei Tage vorher hatte ich bei der Ausdruckkontrolle in Wien die Prüfung und zu meinem 65. Geburtstag bin ich mit dem Hubschrauber vor meinem Haus, vor meinen Gästen gelandet. Ich war emotional überwältigt, weil es wusste niemand. Es wusste nur meine Frau, meine zwei Kinder und ein befreundeter Pilot, der Erwin Müller, die wussten Bescheid, sonst wusste ich das überhaupt niemand. Und ich habe Tag und Nacht dafür gelernt und die Pandemie ist mir in dieser Richtung entgegengekommen. Und ich kann nur sagen, es ist das faszinierendste und herausforderndste, was man im Leben machen kann. Man sagt ja, es sei die Königsdisziplin des Fliegens. Ich bin gerade ganz oben eingestiegen. Ich muss aber sagen, bei der Ausbildung, ich habe sogar eine Gürtelrose bekommen vor lauter Stress. Aber ich habe die Prüfung souverän gemeistert und darauf, da war ich das erste Mal in meinem Leben auf mich selber stolz, weil ich von der ganzen Materie nichts verstanden habe. Und dass ich das geschafft habe, ja, da habe ich einfach eine riesen, riesen Freude. Und ich hoffe, dass ich immer Happy Landings einbringe, dass ich immer gut auf den Boden zurückkomme. Ich bin sehr vorsichtig. Da könnte man jetzt noch lange darüber reden, das wäre total spannend. Etwas, was ich aber unbedingt noch kurz möchte ansprechen, und zwar im 2028, das heisst in fünf Jahren, wäre es ja eigentlich das 60-jährige Bühnenjubiläum der Paldauer. Du wärst dann 72 Jahre. Ist das 60 Jahre Jubiläum ein Ziel von dir, oder wie sieht das so aus? Ja, ich bin nicht so überheblich, dass ich sage, das ist das Ziel, ich würde es mir wünschen. Weil man muss ja gesund bleiben. Wir müssen ja alle gesund bleiben. Das ist ja ganz wichtig. Und stell dir vor, wir fahren jetzt über 45 Jahre professionell ohne Unfall in der Welt rum. Wir sind alle gesund. Und jetzt, oft denke ich mir, wenn ich für 2024 Verträge abschüsse, denke ich, das ist eigentlich schon frech, was ich da mache. Und trotzdem, man muss ja mit guten Gedanken vorausgehen. Ich würde es mir wünschen, vielleicht wollen wir uns ein bisschen zurücknehmen, dass wir uns nicht überfordern. Vielleicht haben wir das Glück, dass wir gesund bleiben. Vielleicht haben wir auch das Glück, dass uns die Freunde und Fans treu bleiben. Dann ist das gar nicht ausgeschlossen. Auf jeden Fall, das wäre natürlich ein Traumziel, wenn wir das schaffen würden. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass das wirklich klappt. Vielleicht ging es ja sogar dann noch weiter, aber es wäre einmal wunderschöner. Ja, warum nicht übertreiben? Ich glaube, es gibt kaum eine andere Band, die sagen, sie sind 60 Jahre so erfolgreich auf der Bühne gestanden. Wir sind schon fast am Schluss von unserem Talk. Ich hätte noch so viele Sachen, wo ich mit dir darüber reden könnte. Es ist total spannend und so gewesen. Darf ich dich noch bitten, dich in mein Gästenbuch einzutragen? Selbstverständlich ist mir eine Ehre. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es hat riesig Spass gemacht. Ich freue mich bereits auf den nächsten Talk. Auf Wiedersehen und danke.